Nach der anstrengenden Geschichtsstunde bei Herrn Poch tut es mal so richtig gut in Ruhe eine durchzuziehen. Das L.E.K. kommt! Scheiße, L.E.K.! Komm her, Mann, 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 das war ich. Ich, wo wollen wir hin? Komm her, Mann, komm her, Mann, komm her, Mann! Ich will nicht! Hälp mir! Komm her! Aua! Mann, hört auf! Komm her! Ah, ist es gut! Komm her, Mann! Komm her! Komm her! Hagen, antraben! Ich rate keinem, wirklich keinem an dieser Schule eine Tierrette auch nur anzufassen. Es besteht akute Zwangsarbeitsgefahr. Das Sofa erscheint ein Phänomen. Schön zu sein musste in dieser Klasse sehr viel durchmachen. Es wurde oft, hatte Kempf drauf ausgetragen oder einfach nur drauf rumgesprungen. Die ganzen Jahre der Zerstörung haben natürlich auch ihre Spuren hinterlassen, wie man sieht. Wie ist das denn? Wie ist das denn? Du bist in dieser Klasse, der Familie, von der Familie und Aufmerksamkeit vermittelt? Der junge Mr. Sange, der 3. Englisch-Lehrer, innerhalb der kurzen Zeit, verliert seine letzte Erinnerung in dieser Klasse. Wir können nur sagen, Good luck! Diese Ruhe, diese Idylle, doch nichts ist, wie es scheint. Mama kommt! Es kann losgehen. Die Rezepte fliegen uns um die Ohren und der Kampf um die besten Zutaten beginnt. Es wird gekocht, gebraten und getratscht, was das Zeug hält. Übertreibt es nicht so, André, guck da mal Pfeffer drauf. Soll ich Pfeffer? Das schmeckt gut. So, unterschiedliche Verbrennungen. Einmal Eisennagel, einmal Eisenwolle. Ich kann gut hier ein bisschen aufbauen und einmal Eisenpulver. Hast du, was passiert? André? Ja. Ich gebe eine Wolle von Flamander, ja. Nagel, das ist wirklich cool. Das ist die Wolle. Ich muss einfach nur die Wolle verblüht einschreiben. Ich gebe sie. Vielen Dank. Eins, zwei, drei. Tschüss, Januar! Tschüss, Januar! Tschüss! 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 Applaus 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 Applaus